Wer zum Teufel ist das? Ich bin Fiona. Fiona? Ich hab ein paar Freunde zu Mason geschickt, um euch zu meinem Unterschlupf zu holen. Der Plan hat sich wohl geändert. Die haben doch schon mal gerettet. Aber wenn ihr den Treffpunkt erreicht, können sie euch da rausholen. Klingt nicht sehr prickelnd. Egal. Ich hab eure Masken auf dem GPS. Ich kann euch von hier aus führen. Ah. Okay. Lauf hier schon eh weit vor. Seid auf den Hauptstraßen vorsichtig. Die suchen euch. Machen wir. Mal schauen, ob wir die Felsen hochkommen. Dann mal los. Sack. Darfst du mich hochhelfen? Gott. Wir müssen weiter. Ich glaub, es sind noch nicht so, so... ...ark die Buddies, die zwei, dass sie sich so abchecken wie die anderen. Nee, das sind noch neu. Komm, dann... im vierten Teil kommen sie sich dann näher. Sie kommen sich näher. Irgendwie hab ich dich aufgenommen. Schön über den Rücken. Oh. Schöne Auto. Da kommen welche. Deckung! Ja, toll. Ich will mich aufdecken. Das ist aber echt zu einfach, Alter. Da hat einer grad eh wie geil das Bild geflogen. Mann, 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 Mann. Was haben wir hier noch? Krass. Ihr müsst weiter zur Sendestation. Also mitten in die Kugeln rein. Das Kartell ist schon da. Wir räumen mal eben auf. Okay, viel Glück. Äh, ne, ne, ne. Ich glaub da... Schon weiter an. Boah. Aber jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Da vorne kommt... Vielleicht... Ja, hier wird's gleich wieder übel abgehen. Vielleicht mal mal der Knaller kommen und erst zu. Boah, doch da drüben sind ganz viel fehlen. Wir müssen was gegen das MG-Unternehmen! Wir müssen den MG! Mit dem Truck kommen wir näher ran! Aber müssen den Truck schieben! Ich brauche Hilfe! Ja, ich brauche ja. Ich kann aber nichts drücken. Ah! Entdeckung! Und jetzt! Sehr schön! Wo ist das MG-Adap? Da oben ist das okay. Okay, wir können... Du kannst gleich die Power einsetzen. Ja, gut. Ob ich die falsche Waffe drin bin. Aua! Wir müssen das MMG einnehmen! Einer macht den Lockvogel. Der andere flankiert und schaltet den Schützen aus. Okay, was ist denn mal? Ja, ist doch von vorne bringen nix. Als ob sie mich... Nein, jetzt komm, das kann nicht sein. Ich bin ganz am Berg und es drückt mich. Ja, weil... Ich hab zwar geschossen wegen des Blöder, aber... Du hast ja die komplette Agro gehabt, was? Mhm. Weil dein scheiß Ding so viel Agro hat. Ja. Ja. Mein Furoing. Guck mal, das sind wir zwei. Ich spiele Gitarre und du hast ne Rohrsinn an. Ja. Wollte schon sagen. Ich hab Schnuppert. Ja. Hast ja auch. Ja, hier. Ne? Pobelbremse. Die 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 Pobelbremse. Das Kartell ist schon da. Wir rollen mal eben auf. Okay. Fehl Glück. Was ist los? Krieg dich doch. Komm. Wir müssen was gegen das MGE unternehmen. Hallo? Los, mit dem Truck kommen wir näher ran. Guck mal. Ich kann nicht mehr hin. Was soll das? Geht's jetzt? Ja. Oh, fuck. Okay. Also einer muss halt wieder das Ding ablenken. Der andere muss halt... Ich glaub, ich lenke's mal ab. Ich bleib einfach in dem Truck. Und schieß mal ein bisschen so... Wir müssen das MMG einnehmen. Ja. Einer macht den Lockvogel. Der andere flankiert und schaltet den Schützen aus. Okay. Ich suche mal Bestes. Geh mir aber nicht weg. Alles ist Deckungszustellen. Manchmal ist echt scheiße. Also ich ziehe ja noch grad. Mübel. Ja. Aber der Truck... Problem ist, da sind so viele Gegner. Boah, gut. Damit geht's gar nicht gut. Wenn ich Dennis hier krieg... Flankier das MMG! Bin dabei! Versuch auf die anderen Seite zu gehen. Das sagt mich. Oh, Alter! Ich ziehe halt so viel Energie ab, das Scheißding. Oh nein! Das sind da zeitig von mir noch Gegner, oder wie? Ja, das sind überall noch Gegner. Muss aufpassen. Na, ich versuch's. Wenn das so ganz schnell geht, klappt das nicht. Ich kann nur ganz kurz auf. Alter, ich kann nur... Komm, geh jetzt mal da vorne. Wir müssen los! Toll, jetzt bleibt ihr stehen. Pass auf mich auf! Ich schaue alle zu mir! Schalt sie aus! Ja, jetzt bin ich weg. Das war so klar. Aber ich versuch's zu dir zu kommen. Hier drüben! Ich brauch Hilfe! Boah! Hey, Running Man! Gleich geht's dir wieder besser. Leck mich! Danke! Kannst du irgendwie Power legen? Nee! Oh, jetzt lege ich! Verdammt! Ich lege auch gleich! Ich brauche dich, Bruder! Gleich Power! Ich brauche noch einen Balken! Dann aktiviere ich sofort! Das war echt cool! Ja, wenn ich mich mal fluchten könnte, dann gleich. Aber jetzt... das Problem ist, wir kriegen das MG so auch nie weg. Ja, ich zieg schon wie... Sie haben alle... Ja, jetzt ist Ehrung. Jetzt ist schon frei. Verflucht! Hilf mir mal! Ey, du rubsch halt voll zum MG. So, ja... Der Einer muss jetzt halt außen rum, sonst klappt das nicht, Junge. Jetzt gehe ich halt unten rum. Oh, fuck, 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 fuck! Ey, ich krieg den nicht. Doch, er ist weg. Scheiße! So, los geht's! Ich hab das MMG! Vorsicht, Junge! Tu dir nicht weh! Was sind die... Bitches? Alter, fett. Echt? Von unten werde ich auch noch irgendwo attackiert, aber ich seh die nicht. Ich hab hier oben noch relativ viel Gegner. Ich hab gleich nix mehr, Bruder! Alter, Hackney! Wie viel kommen da raus?! Alter, Hackney! Alter, ich... Oh, fuck! Die Waffe ist leer! Die Waffe ist leer! Ja! Hä? Wo sind die? Ich werd hier irgendwo von hier abgeknallt, da ist einer. Kommst zu dir! Oh, jetzt können wir da rein! Alter, das war... Dann schauen wir doch mal nach! Ich find halt einfach, die Gegner kenn ich zu schlecht, muss ich mal sagen. Ja, das ist echt ein bisschen Manker in dem Spiel. Ja. Jo... So, was ist immer denn? Naja... Joa... Was haben wir denn? Ähm... Ja, weiß nicht, ob die jetzt dann mal fertig ist oder... ob das einfach alles als Mission zählt? Ich weiß, wir können ja eigentlich mal nicht in der Aufnahmepause machen. Ja, ne, ich würde sagen, wir gucken noch ein bisschen ein paar Modifizierungen an. Das können wir natürlich noch tun, bevor wir hier abtreten. Ja. So, ähm... Ops, ich wollte mal meine neue Pistole nicht gönnen. Aber warte mal, gehen wir doch alle zum Arsenal, das ist doch viel besser. Ja, finde ich auch, gucken wir noch ein bisschen rein. Was ist denn so Neues im Tante-Emma-Laden gibt? Tante-Emma. 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 Speichern LED. Speichern LED. Haha. Bitte warten. So. Zeit machen, da werde ich auf jeden Fall jetzt dieses Falcon holen. Ich werde mir die MP5 holen. Die SD3. Oh, ich werde nochmal hier schwarz. Ich denke jetzt alle Waffen sind jetzt bei mir schwarz. Haha. Sehr schön. Uuuuh. Oh, oh, oh. Hast du jetzt noch eine MP geholt oder wie? Ja, ich verspreche gerade eine auf. Mir ist schon möglich. So, die muss ich mir richtig hässlich werden. Nein. Alles ist doch nicht schlecht aus. Sag mal hier noch ne. M-Paar. Ja, die ist halt. So, dann geht er gar nicht. Welchen Händchen für hässliche Waffen? Ach, komm, ich nehme sie jetzt. So sieht doch ganz gut aus, oder? Ich finde sie toll. So. Oh, ist ja schön. Der Panzer hat mir eine Munition gekauft. Sehr schön. Ich glaube ich nehme eine für die MK, keine Ahnung. Ich habe ihn toll. Komm mal ein klappbares. In Klapper. So. Klapp, Klapp, Klapp. Klapp, Klapp, Klapp. Prezision. So, also mein Arsenal wäre gefüllt. Gut. Gut schon. Ja, natürlich. Ich muss mal eins in mir zugucken. Jetzt richten mir bitte alle mal die Augen nach oben. Ach, Trommelmagazin. Aber leider ist cool. Trommelmagazin macht halt Nachladtempo richtig scheiße. Das habe ich noch nicht. Komm, ein doppeltes Trommel. Schon auch geil. Das sieht super geil aus. Ja. Das ist halt richtig viel Schaden, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber halt Magazingröße finde ich auch wichtig. Da lieber das. Das hier. Polo oder das? Ne, nicht das. Habe ich vermisst bis jetzt die goldenen Waffen, ne? Es gibt doch kein Gold. Ne. Bist du diese ganze Chrom? Auch die ganzen Spaßerweiterung fehlen irgendwie. Die gibt's gar nicht weiter. Vielleicht kommt die ja noch, wer weiß. Irgendwie. Also den Granatwerfer. Ist schon nice. Würde ich auf jeden Fall draufhauen. Seid noch. Sonst, was haben wir da noch? Magazingröße. Ja, ne. Warte. Das ballistische Schild. Ich finde jetzt gerade einmal den Gläser wie ich sie nehmen soll. Mehr Präzision oder schnellere Nachladetempo. Nö. Na, ich glaube hier den Gläser. Ich balle da arm. Lässt ich mal wieder jemand extra Zeit? Ohja. Ohja. Was sieht denn das aus? Echt? Das ist. Mach nochmal bitte schnell im Wechsel. Oh, 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 oh. Wenn sie so schießen würde, wäre es irgendwie cool, oder? Ja, schon. Ähm. Ich lasse mal Standard. Was haben wir hier noch? Wow. Das macht ein paar kurz über Höhe, aber guck mal die Mündungs. Dass viel Präzision ist, mehr macht's. Na, auf jeden Fall. Dann mach ich mal das so. Dann kann ich den Lauf hier entsprechend. Eine Mündungsbremse, ganz ehrlich, ich hab doch nie das Wort Mündungsbremse gehört. Bis heute. Ja, richtig. Aber gut. Jetzt wissen wir was. So, äh. Waffenskin. Natürlich dann, äh. Mein Obligator ist schwarz. Schwarz-matt. Ohja. 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 Äh. Äh. Komm, jetzt müssen wir mal eine andere Farbe her. Wenn ich eine coole finde. So ein dunkles Ruzidon schlägt was. Ja. Rot. Hast du eine ähnliche Waffe wie meine MP5? Wenn man hier noch im unteren Bild sieht. So, jetzt bin ich richtig arm. Ja, du armes Schwein. So, da habe ich meine Waffen. Bebebe. Sehr gut. So. Ja. Jo. Na, da passen wir mal noch nichts an. Das können wir ja im nächsten Mal mal noch machen. Und deswegen, wenn wir es sagen, ähm, ja. Äh. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal wieder. Ciao. 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 Ciao.